Äh, wie heißen Sie? Vollpaula. Ja, 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 aber da steht hier ein anderer Name. Vorgestern war ich auch Vollpaula. Egal. Jetzt, wo Sie schon mal hier sind, fangen Sie doch einfach an. Zeitpunkt nicht gut. Oder wollen Sie, dass Sie jemand begleitet? Hä? Wer sind Sie? Na, der Randy. Dankeschön. Entschuldigung, ich bin jetzt irgendwie rausgekommen. Kann ich nochmal? Du gibst mir eine Ohrfeige und dann gebe ich dir eine Ohrfeige. Und dann gibst du mir eine Ohrfeige und dann gebe ich dir wieder eine Ohrfeige. Und dann gibst du mir eine Ohrfeige. Und dann kriegst du... Au! So, jetzt bist du dran.